Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast, heute mit den News im UFC Heavyweight. Lasst deshalb gerne mal ein Heavyweight Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes oder falls ihr das bei Spotify hört, gerne auch ein Follow. Bei Spotify, UFC-Boss Dana White hat ein neues Interview mit Brad Okamoto von ESPN gegeben und sprach dort über die Zukunft des UFC-Schwergewichts, denn das ist natürlich ein großes Fragezeichen in der aktuellen Fanbase. Wir wissen ja, Jon Jones verlangt sehr viel Geld, will 30 Millionen, um gegen Francis Ngannou zu kämpfen. Das hat zumindest Dana White gesagt. Jon Jones hat gesagt, hey, ich habe nie 30 Millionen verlangt, wie kommst du überhaupt auf diese Zahl? Und allgemein gibt es ein ganz komisches Trara. Aber jetzt gibt es ein bisschen Klarheit und zwar arbeitet die UFC nicht mehr an Jon Jones vs. Francis Ngannou, sondern Francis Ngannou vs. Derrick Lewis 2. Dieser Rückkampf soll kommen, im Sommer sollen Francis Ngannou und Derrick Lewis gegeneinander kämpfen und das war ja bereits der Plan, aber nun konkretisiert sich das Ganze. Nun ist relativ sicher, dass wir keinen Jones gegen Ngannou sehen, sondern eben Derrick Lewis. Natürlich kennen wir den ersten Kampf zwischen Derrick Lewis und Ngannou und wer ihn nicht kennt, Leute, schaut ihn euch auch nicht an. Ihr verschwendet da 15 Minuten Lebenszeit. Es war ein wirklich absolut langweiliges Ding, einer der langweiligsten Kämpfe, die es jemals in der UFC gab. Derrick Lewis hat diesen Kampf nach Punkten gewonnen, aber insgesamt gab es, ich glaube, nur 15 Treffer von Ngannou und 25 von Derrick Lewis oder sowas. Also wirklich ein ganz, ganz kurioses Ding, was wir da in diesem Kampf gesehen haben. Nichtsdestotrotz verspricht der Rückkampf natürlich eine ganz andere Hausnummer zu werden. Derrick Lewis mit einer wahnsinnigen Knockout-Power und Ngannou ja sowieso. Und ich denke, beide gehen diesmal nicht mit so viel Verunsicherung in diesen Kampf wie beim ersten Mal, sondern werden diesmal die Fäuste fliegen lassen. Ich freue mich. UFC-Boss Dana White sagte, dass er die Idee von Jones gegen Stipe sehr interessant findet. Stipe Miocic will weitermachen, der will nicht aufhören. Also warum sollte man Stipe, den GOAT, nicht gegen Jones kämpfen lassen? Und Dana White hat selber gesagt, hey, dass Stipe Miocic der Heavyweight GOAT ist, darüber kann man nicht streiten. Das ist Fakt. Spannend, da wir ja wissen, dass Dana nie der größte Freund von Stipe war. Wie dem auch sei, Stipe vs. Jones, Ngannou vs. Lewis 2, so sieht der Plan aktuell aus. Was meint ihr? Freut ihr euch drauf? Oder eher nicht? Schreibt es unten rein. Folgt Wheel of MMA bei Instagram. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal oder hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.